Ich nehme mal an, du weißt, wer ich bin, jetzt musst du mir sagen, wer du bist. Ach so? Ja, das macht man so. Nein, ich meine, ach so, ich weiß, wer du bist? Ja, immerhin hast du auf mich gewartet. Ich habe nur darauf gewartet, dass jemand vorbeikommt. Wer das ist, ist nicht so entscheidend. Gut, wir können uns auch dabei belassen, dass ich der bin, auf den du gewartet hast, und du bist der, der gewartet hat. Das ist jetzt nicht sehr ergiebig, aber im Moment sind wir nur zu zweit. Das heißt, wenn einer was sagt, weiß der andere, wer gemeint ist. Das heißt, es ist so.